Oh, scheiß Krieg, ey. Das ist total scheiße. Oh, ist das kalt. Ich will sonst mal kochen. Ich hab Hunger. Ich hab so. Scheiß Krieg hier machen mit dem. Ich kann gar nicht lesen. Nee. Junge, was machst du denn? Jetzt machen wir mal, was ich will. Wir haben jetzt ein Peng Peng gemacht, jetzt ist aber mal Feierabend. Jetzt machen wir Feuer auf dem Herd. Was, wir kochen? Im Feldlager gibt's genug Essen für alle, damit wir stark bleiben für den Kampf. Mann, Mann, Mann. Oh, oh. Jo. Siehst du? Siehst du? Der Krieg ist nicht vorbei. Wir müssen ja nichts angreifen. Ey, aber ich hab keinen Bock, wieder das für anders zu gucken. Nächstes Mal schieße ich das. Ich hoffe, tausche wir rollen. Was? Hier. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, hab dafür. So, Vereinigte Staaten von Amerika. Wieso bist du so schnell? Das hier ist mein Glück. Boah, das hat wirklich geklatscht. Hast du gehört? Ja, ja. Moin, Mädels! Moin, Jungs! Wir sind im Krieg. Es ist halt auch noch, ich mein, die sterben überall unsere Kollegen und du willst kochen. Ich hab da jetzt gar keinen Bock drauf. Ich würde jetzt einfach schon mal reinrennen. Ja, find ich nicht schlecht. Findest du nicht schlecht? Ich dachte, du willst Kalabrese. Ja, aber letzten Endes, grundsätzlich. Grundsätzlich. Ich war mir nicht sicher. Schweiter da. Schwerzig! Ja! Hey Pi... Dritter da. Fünf Sekunden, fünf Sekunden! Halt durch, halt durch, halt durch! Hilfe! Halt durch jetzt! Stuck, wo bleibst du? Stuck! Was denn? Komm! Ja, gib mir eine Sekunde. Ja! Mach alle! Ich komm mit dem Boot. Ja, also, der Sport hier den Mike. I have Mike, but my brother name is George. Schuss! Buhä! Ah! Der hat sich! Was? Da bist du ja! Ja, ich hatte nen anderen Flieger als du! Ja, komm jetzt her! Ich geh vor! Ich bin berlin! Let's go to the mall! To-day! To-day! Ja, weißt du, wo wir gelandet sind? Wir sind hier in Frankreich! Du bist beschossen! Du wirst beschossen! Werde beschossen! Werde beschossen! Werde beschossen! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Äääh! 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 Ääääh! Äääh! Waaah! Der hat sein! Äääh! Why? Was? Why? Ääh! Hat er dich gekillt? Ja! Warte bleib da, ich bin Medic! Aber du liegst noch da! Aua, Scherzik! Hör mich, ich seh dich am Horizont! Scherzik! Hör mich! Jetzt bist du da! Das klappt! Aargh! Ich ertrinko! Okay, wir gehen jetzt geradeaus! Folgt mir! Folgt mir! Wir bleiben jetzt hier mal hinter, hinter dem Panzer. Ah! Warte, warte, warte! Schatze! 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 James! Bist du James Ryan? Bist du James Ryan? Bist du, Jona? Nee, James? Ja, James! Er ist tot. Ey, okay. Ah! Du hast doch einen Verband! Ja, dann erstmal wieder ein Lazaretten-Stößchen, wa? Oh, lecker! Schmecker! Ich hab ein bisschen gekotzt. Geil! Habt ihr James Ryan gesehen? Have you seen James Ryan? Ist hier jemand der Ryan-Scheiß? Ja, hier ist so ein Graben, da kann man sich erstmal verstecken, Kaffeekränze machen. Komm, ich komm, ich komm! Komm rüber! Guck mich an! Ja! Ich komme, ich komme, ich komme! Ja, ja, ja! Schneller, stört sich! Ah! Ja, heil dich jetzt! Ryan! Ja! Ja, dann können wir ja doch zusammen trinken. Es ist schwer! Ich hab noch nicht einen Schuss abgegeben. Aber der Kaffee, der ist auch ohne Schuss. Der schmeckt nicht. Der ist nämlich auch schwer. Der liegt im Magen, ne? Go, 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 go! Wo ist James Ryan? Also, ich geh jetzt hier links lang und hier ist wirklich free. Ah! Ah! Da ist ja richtig frei, ne? Wo ist Ryan? James Ryan! Keine Ahnung. Deine Brüder wurden alle abgeknipst. Ey! Mach die Tür wieder auf! Spinnst du? Hallo! Fällt der grad einfach wieder zurück? Der fährt wieder weg! Ey! Der fährt einfach zurück! Kannst du das glauben? Zurück zum Kampf! Ja, hä? Wie soll ich denn da zurück? Hallo! Hallo! Wir müssen James reinfinden! Der muss raus! Also, rein, raus! Bis zu dem Graben, bis zu dem Graben, bis zu dem Graben! Komm, 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 komm! Wieso sind meine Freunde alle tot? Ich hab's geschafft! Seltsin, wir treffen uns am Treffpunkt. Ja, irgendwie so. Grada! 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 Oh, da sind überall Deutsche! Scheiße! Da ist wirklich unbelohnt! Da sind MG-Stellungen! Der Stack braucht Verstärkung! Auf mich wird geschossen! Es zittert hier! Wir gehen jetzt wirklich gleichzeitig los! Kalle, wollen wir vielleicht einfach irgendwo... Servus! Ey, ganz ehrlich! Das läuft nicht gut hier! Stattig, hör mir jetzt zu! Ja, ich hör dir zu! Wir suchen jetzt Ryan! Wir gehen jetzt Ryan! Und holen ihn raus! You know how I mean? You go, girl! Links rum, links rum! Schmeiß deine Smokes! Wir rennen jetzt so weit am Rand, wie nur geht, okay? So! Sehen wir, das ist weit genug am Rand! Guck mal, hier ist ne... Hier ist ein Eingang! Wenn wir das bis dahin schaffen! Komm noch her, Stärze! Oh, das ist ein Deutscher! Ah! Du kannst mich aber holen gleich, sonst... zur Not! Ich verbinde mich! Verbindung wird aufgebaut! Okay! Wir brauchen jetzt deine Smokes! Wir brauchen jetzt deine Smokes! Hast du noch eine? Ah! Stärzig! Schnell rein in den Smokes! Irgendwie darüber verschärfen! Ich lauf jetzt! So schnell ich kann! Ah, Männer! So, hier war schon... Hier war schon einer! Eben an der Mauer! Rechts, rechts, rechts! Aufpassen! Nein, nein, nein! Soweit waren wir noch nie in unserem Leben! Da hast du vielleicht James Ryan in dem Haus! Da oben ist ein blauer Punkt! Vielleicht ist das James! Ah, die schießen! Ah! 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 So! Mann! Ich hab' mich auch aus dem Hinsrecht durchgefegt! Bruder! Scherzig! Sei mein Schatten! Gut, 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 gut! Smoke! Gut, Smoke! Scherzig! Nach vorn! Ja, ich bin ja dabei, Junge! Vielleicht hinter den Panzer positionieren? Ja, ja! Hinter den Panzer! Ah! Auf mich wird geschossen! Du zette! Ich zeigte euch alle! 0,9 Von 10 Punkten ne 9 haben wir bekommen Verstehst du? 0,9 ist gar nicht schlecht So! So! Wo spawnen wir denn? Deutschland Wir sind Deutsche Wir finden jetzt trotzdem den Soldaten James Ryan Und dann f***en wir den So Scherzik, wir haben's jetzt vom Schrand weggeschafft und ich würd sagen Na dann guck mich mal an hier Deine Augen sehen ganz schön gelb aus Du bist ein Deutscher auf einmal Aber du auch, das ist doch ne Verkleidung Verstehen sie? Ja gut Dann gehen wir mal jetzt nach vorn und gucken wen wir so kriegen Ey! Ey! Könnt ihr uns mitnehmen? Mach ihn weg Major! Schieß ihn weg! Los! Knall ihn ab! Sehr gut! Schönes Ding! Nächstes Mal nimmt er uns mit gefälligst Das hab ich jetzt gefeiert So du Arschloch Oh! Ah! Eieieieieieiei Guck mal bei mir! Guck mal bei mir! Kommen sie rein! Ist das nur zwei Plätze das? Herr Major, ich muss sie leider bitten das Fahrzeug zu fahren lassen Wir sind im Spezialauftrag für Soldaten Für Rhein! Naja, aber Wir sind zu zweit! Verstehen sie? Alter, entweder du stirbst oder machst jetzt Platz Danke man! Schnell gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Jetzt aber fix Junge! Prost! Schöne Aktion Digga! So! Vorsicht! Vorsicht! Ja, ja! Ich hab keinen Führerschein! So! Wir sind gleich an der Front Was sagen wir? Ja klar! Fahr mal hier links an die Häuser ran! Und aussteigen! Da vorne! Da vorne! Auf der Straße! Ich hab richtig reingehalten! Ich glaub ich hab ihn geholt Ah! Halt dich! Halt dich! Halt dich! Ich glaub ich hab mich selber hochgejagt Sehe keine bewegten Gegner! Okay! Dann lass uns lieber hier oben lang! Du hast den Snack! Ah! Werde beschossen! Ja! Rechts! 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 Wo genau! Wo genau! Hinter dem Geländer! Hab ihn! Headshot! Du musst mit mir reden! Ich konnte es nicht beschreiben! Er war hier hinterm Geländer irgendwo! Ich konnte es nicht beschreiben! Rechts! 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 Wo? Vor den Häusern! Vor den Häusern! Richtung 290! Ich versuch's zu markieren! Jo! Ich seh den Schädel! Ja! 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 Hab ich gesehen! Hab ich gesehen! Da ist er! Ami! Jawohl! Schönes Ding! Warte! Hier! So! Wenn überhaupt so! So! Prost! Endlich meinen Kehl! Das ist gar nichts gehört! Geil! War das überhaupt ein... Ami? Keiner! Aber du hast... Ja! War ein Ami! Geil! Voll ein Weckerholz! Schönes Ding! So Kallen! Das war ein Deutscher! Guck mal! Das war ein Deutscher! Nein! Jut! Aber es war eine gute Zielübung! Aber die Deutschen sind ja eh Feinde! Verstehst du, wie ich meine? Das Gute ist ja auch, der kann sich hinterher auch nicht mehr beschweren! Was war denn? Ah! Eeeh! Eeeh! Ne, alles gut! Ich baue hier einen Außenposten! Und kann ich dann rein? Ja! Geil! Soll ich mal vorgehen hier? Gerne! 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 Links, 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 links! Hab ich, hab ich, hab ich! Alter, der hat... Hast du gesehen? Der war deutsch! Ja, du brauchst eigentlich einen guten Spot! Ja, ja! So einen Kirchturm oder so! Kannst du mal hier durchgucken? Ah, da sind welche! Ja, ja! Hab einen! Schönes Ding! Direkt erwischt! Da sind noch mehr, da sind noch mehr, da sind noch mehr! Ah! Von hinten! Von hinten in meinen Arsch! Von hinten in dein Ass? Halt dich, halt dich, halt dich! Ja, ich versteck mich! Aua! Schon wieder von hinten! Schon wieder von hinten! Ey, so zwei Pflaster jetzt für meinen Popo! Wir müssen in irgendwelche Häuser rein oder so! Und dann oben rein! Und dann aus dem Fenster! Ja, ja, ja! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich bin bei... Aua! Ja, geradeaus! Genau dort auf meinem Marker! Wie viel Kaffee ist da eigentlich drin? Ja, ich nehme mir nur so einen kleinen Schluck, Digga! Ich weiß nicht, ob der Sniper auf der Map so geil ist, so wie auch nicht! Ich sterben die Leute wirklich weg! Wollen wir schnell eine andere Rolle wie? Wir können jetzt... Okay, geh mal da jetzt Infanterie wieder rein! Na klar! Aber am Ende des Tages... Muss ich sagen... Sterzig und ich wir machen das schon! Keine Sorge, Bruder! Und jetzt rein da in die Ohr... Ne, wir laufen jetzt einfach! Ich hab einen Fluttermann geschossen! Ich nimm mich jetzt hier hin! Ich geb dir Back-Up! Ne, du kommst jetzt hier mit vor! Den hab ich getötet! Ich hab zwei getötet! Hör auf, bitte. Da sind viele Menschen. Ich hab die richtig Wikinger-mäßig. Ich wollt grad sagen, wolltest du Wikinger sein? Wikinger oder Vicky, die kleine Hexe? Vicky, der kleine Frechtax. Vicky und der starke Wikinger. Boah, da sterben die Leute. Jawohl. Nein, Oskar! Ah ne, warst du gar nicht. Wiking! Ich bin tot! Ich brauch Medizin! Ich nehm jetzt ne Panzerfaust. Du könntest jetzt ne Panzerfaust nehmen. Ich panzer die Faust nehmen. Und dann könntest du den wegpanzern. Hier ist Eis. Was hat er gesagt? Hier ist Eis, Alter? Ich soll mal noch ne Garni hinhauen. Kommt hier? Ich brauch... Mach mal das. Klar, Bruder! Oh, wir können noch weiter fort. Aber ich komm mal wieder bei dir. Na, wobei, ich geh mal hier nen Punkt nach vorne. Ne, mir geht doch nicht. Das dauert mir zu lang. Wir gehst jetzt hier vorne hin und wir treffen uns da. Sag bitte! Sag bitte! Du sollst bitte sagen! So, ich bin jetzt da. Wo bist du? Wo bist du denn, Sterzig? Hier. Ah, da bist du. Servus. So. Komm mal mit, Sterzig. Ja, wir müssen jetzt mal echt wegmachen. Ich hab echt langsam genug. Weil man ist hier ganz viel Gras ins Boot. Alter. Marihuana? 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 Esereine. Was? So. Wir gehen jetzt hier rüber. Also, was ist der Plan? Wo soll ich mich aufstellen? Wir suchen jetzt die Amis und die knallen wir richtig weg. Wir gehen jetzt hier wirklich Solid Snake mäßig lang. Ja. Der nächste Feind, den wir kriegen. Ich stell jetzt irgendwann meinen Scheiß im G auf. Ja, 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 ja. Sag mir nur, ich mach alles weg! Ja, 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 ja. So, Statzweg, Abfahrt nach vorn. Und sobald wir feindliche Infanteristen treffen. Pass auf. Wenn wir gleich Ryan finden. Knallen wir den Tod, stellen sicher, dass der Tod ist. Und dann sagen wir der Mutter einfach, scheiße ist umgekommen. So, wir gehen mal hier vorne an die Mauer. Komm mal ran hier. Lass mich ran, da denn sie will ja. Da hinten steht ein Panzer. Genau, gerade durch. Aber es ist unserer. Auf dem Feld, auf dem Feld. Links, unserer Spieler. Hier knallt's. Moin. Guck mal hier aus dem Fenster raus. Hier ist ein richtig schönes Weizenkornfeld. Ein Weizenkornfeld. Ein Weizen im Arsch. So, ich geh mal hier durch. Kennst du das? Warst du schon mal in so einem Maislabyrinth? Ja. Ja? Ja. Ich noch nie. Ja. Gut. Stets, ich glaube, hier kannst du gleich wieder knallen. Ja, ja, ich werd jetzt hier sneaky-leaky. Vorsicht. Das ist der Run. Das ist der Run, Kahn. Ja, 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 ja. Kalle. Bin ich schon aufgeregt. Hol'n Ryan. Hörst du das rechts? Das ist ne M1. Wir müssen hier rüber, ne? Ne M1, kacke. Ja, wir gehen hier aber rechts lang. Ich bin schon drüber. Ich höre, es stimmt. Schnitt, Säcke. Dahinten sind Leute. Das sind Deutsche. Wieso passiert? Schnitt, Säcke. Warum bist du tot? Säcke, Säcke. Okay. Du musst alleine weiter. Du musst es ohne mich schaffen. Du musst alleine weiter. Ah, du bist auch. Ah, wir steh... 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 Wegst wieder. MEDIC! Ja, MEDIC! Ruf MEDIC! MEDIC! Hier knallts. Scherzig. Vor uns. Baller da jetzt einfach mal rein. Hast du gesehen, wie viele Kipps gemacht hast du? Ja, da sind ja... Das sind Gegner, das sind Gegner. Genau da vorne. Genau da, wo ich hingeschossen hab. Am Haus, am Haus. Ja, ja, ja. Boom! Ja, bewegt sich erstmal nicht mehr. Ah, ich werde beschossen. Entdeckung, Kalle. Entdeckung. Ich gehe in Deckung. Aber du hast 80 Leute. Kalle? Kalle? Nein. Ich kündige. Der Krieg gibt mir nix. Wie gesagt, lass uns kochen. Hala, Brise! Na los! Aber meinen Kaffee nehme ich mit. Arschloch! Jetzt können wir kochen. Jetzt können wir... Guck mal. Hier gibt es... Aubergine mit Pesto. Nudeln mit Pesto. Schnitzel mit Pesto. Schweinefilet mit Pesto. Rinderhüftstech. Ich kann dich wirklich nicht leiden. Kaffee? Aber dann kann ich noch посмотрим. Sch precise mal. Bis zum nächsten Mal.